Das sind Bücher, das sind SWR 3. Ich weiß nicht, seit wann es das, wann es das denn so gibt. Das ist eine Tasse Kaffee. Dieser Buch lag auf dem Tisch, auf dem Tisch, der ursprünglich beim Dr. Schwarz war. Ich bin diese Leute nicht, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Das Kaffee war pleite, den hat Sauner, die Besitzer traf ich noch kurz davor, Dr. Klotz. Dr. Lukas ging mit mir. Ich nehme es so auf, wie es ist. Weil hier drinnen im Echo mitgerätet wird und im Ohr. Ist nichts freiwillig. Auch die Anatomie lag drauf. Machen am menschlichen Objekt, wie es ich bin, hier sind Störfe. Was es hier auch gibt, einfach ein Versuch. Ich höre richtig Stimme im Ohr drinnen. Es wurde gerade gesagt, das ist ein Angeber. Hier haben wir mein Buch in Latein. Sie haben mich geblendet. Sagte mal Dr. Lukas, Russe, wie gesagt, der ging mit mir ins Aquarium. Dieses wurde kurz daraufhin geschlossen. Die Südwestpresse schützten Mörder. Ich habe die Zeitung mit den Du-Anzeigen an Julia Schau geschickt. Weil ich den für einen Straftäter halte. Metallica reagiert, das sind Giganten von Musiker. Mit der Anzeige. Er soll sehen, dass das eine Anzeige ist. Silvia kam. Ich labere jetzt immer so, wie langweilig das ist. Wenn man so dann jemand drauf labert. Alles war mit weights. Ich weiß nicht mehr, wie mein Buch. Vielen Dank.